mehr gibt es nicht zu sagen zweite runde steht an gucken rein gegen die zehn platzierte gegen leila fernandes anna kalinskaya hat aufgeben moment der 2 der zweite sieht und der erste sind beide raus sei es das höchste was noch drin ist ist dritter vierter die deutsche anna lena friedsam man sind schon wir briefing wohl ein schmetter baller sind ihre schwächen konta spielerin gehen rein wenn das erste turnier zugucken danach werden wir auch anfangen zu simulieren viel glück und viel spaß reagiert nicht hat mich auch nicht gewundert irgendwie keine ahnung ich habe das feeling nicht um dort das richtige zu machen und sie beginnt mit einem fehler schade na ja wir werden vorspulen 40 15 für sie als erstes game an fernandes das war mutig 40 15 genau gleich wie vorhin das erste game was sie abgibt und das seite holt sie sich sogar den 30 beide breakpoint second serve schade leider ins netz sie kommt aggressiv passierball nice durch zweimal ein leichter ball ins netz glücklicherweise sie macht uns den gleichen gefallen oh wow ok das sah kurios aus da wollte sie wieder früh ans netz dachte sich nie das hat schon letztes mal nicht geklappt jetzt doppel fehler schade aber game break 30 15 40 15 kommt schon starker zweiter aufschlag der zweite war immer noch sehr risky gespielt was denn das ok doppel fehler in to us alles klar wir sind deutlich frischer als sie das heißt auch wenn es länger dauert jetzt zum beispiel war im letzten spiel der erste satz vom drei drei eins break bestätigt nice du's schön cross court und ins netz muss ein bisschen das spiel noch leiser drehen ein zweites break übrigens tut mir leid dass ich genau in dem moment an der einstellung herum gespielt habe breakpoint für fernandez jetzt komm schon an get it yes uff stop bälle sind wohl nicht so dein ding aber passierbälle uff schön schön ja das ne gute service annahme und wir wurden gebraikt aber wir haben zwei breaks vorsprung deswegen nicht allzu schlimm und wir haben ein breakpoint zum glück spielt sie den mitten auf unserem körper nice wir spulen kurz vor unsere advantage komm schon lass sie laufen lass sie laufen nein unsere advantage wieder längere ball wechsel jetzt oh millimeter arbeit über das netz aber leider nicht von erfolg gekrönt starker aufschlag von hier komm schon nice wir reden nach dem satz das dauert jetzt schon 40 minuten aber frische technisch sieht es bei uns besser aus das wird im long run für uns gut kommen die gegnerin läuft auch mehr als wir oh ein stopper so unser aufschlag spielt jetzt oh oh zwei break bälle für die gegnerin ein breakball noch für die gegnerin oh wir wurden zweimal gebraikt und sie macht das nächste 40 zu 0 vorbereitet jetzt laufen wir sogar gefahr den satz noch zu verlieren das ist natürlich gar nicht gut schönes ass kommt schon noch eins hau das ding rein da und wir verlieren den ersten satz und das grosse problem sind die aufschlagspiele jetzt sucht nicht nach dem sieg schlag sondern tu ihr weh reagiert nicht aber sie spielt zu leicht fertig wir gucken mal wie es anfängt 40 zu 0 für uns breakpoint instant break 40 zu 0 start wunderbar 2 zu 0 besser kann es nicht starten ein weiterer breakball respektive 2 und er macht sie 3 zu 0 von keinem game abgeben btw instant in den satz abgabe und jetzt 4 zu 0 vorne ein anderes mit einem starken aufschlagspiel jetzt gerade in dem game sie ist auch selbstbewusst nach dem gewonnenen satz was sie auch durchaus sein darf weil sie hat sich dort stark zurückgekämpft hat vom double break äh hat sie 4 games gewonnen ach das ding ist jetzt halt sie muss nur noch ihre eigenen aufschlagspiele durchbringen mehr braucht sie nicht nice noch ein game für den satz und 3 satzpille das hat sie jetzt schon 2 mal gemacht der lob klappte nicht aber den ball danach und aha aha reagiert nicht hat aber zugehört 2 breakballer für die gegnerin kommt schon 0 uff schön noch einen abwähren Oh. Instant gebraked. Die Gegnerin ist zuversichtlich. Breakpoint. 0-2. 0-2. Und sie ist in der Defensive. Nice. Nice. Drei Breakpeller. Kommt schon. Nice. Und das ist das Break für uns. Aufschlagspiel sah gut aus mit 40-0 so. Und Game. Boah, sie kommt nah ans Netz und schafft es auch. Oh, zwei Breakbälle für Fernandes. Nog ein Breakpower. Konzentrier dich. Okay. Sie kommt ein bisschen nach vorne. Zurück und... Drei Breakbälle. Komm schon. Re-Break. Hast noch zwei. Jawohl. Geht doch. Jetzt Aufschlagspiel durchbringen. Komm schon. Und... Und... Oh. Warum nicht rechts durch? Da ist das die Vorhand, aber... Nice. Komm schon. Aufs Deuce. Oh, der geht. Lol. Okay. Na, schade. 40-0. Nice. Drei Matchbälle. Hahaha. Und Game. Mit einem Fehler. Der Gegner der Gegner im Game. Zu viele unerzwungene Fehler. Pff. Da muss man, glaube ich, gar nichts sagen. Naja, aber das... Ne. Zu wenig. 48%. Denn über 63% ist einfach zu wenig. So. Das nächste Match ist da. Und unsere Gegnerin ist die... Letzte... Person. By the way, das ist nur die Qualifikation. Fürs... Turnier an sich. By the way. By the way. Das ist gut. Die drittplatzierte der Qualifikation... Die höchstplatzierte. Und dann wir. Wenn wir das gewinnen, sind wir qualifiziert. Briefing. Ihre Strecken sind Vorankraft. 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 Präzision. Stopp Ball und Lob. Lob ne 7. Stopp Ball ne 7. Lob ne 10. Abonnieren. Dann reagier halt nicht. 40, 15. Starker ARS Aufschlag. Und erstes Game. Safe. 30 beide. Breakpoint sogar. Nice. Und ein Instant Break. Nice. Drei Games zu... Ich will es immer englisch sagen. 3 zu 0. Und zwei Breakbälle. Auf die Rückhand los. Noch ein Breakball. Starker Aufschlag. Starke Rückhand. Ach. Deuce. Das spulen wir kurz. Holt sie sich ihr erstes Game, die Gegnerin. Sie kommt vor. Passieren. Ja, schwacher Lob. Jetzt einfach kein Re-Break passieren. Also... Äh... Ja, kein Break passieren. Re-Break. 4-1. Nur noch die Aufschlagspiele durchbringen. Und dann hast du den ersten Satz. Ist immer so leicht gesagt. Breakball für die Gegnerin. Oh... 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 Trotzdem immer noch nur... Drei Breakbälle. Gibt es das Re-Break? Nicht mit dem Punkt. Boah, nicht mit dem Punkt. Oh... Second Satz. Aber mit dem. So, jetzt nur noch das Aufschlagspiel durchbringen. Und du hast schon einen von zwei Sätzen. Satzball. Second serve. Boah. Bombe. Satz. Oh... Nächster Satzball. Komm schon, noch ein Fehler der Gegnerin. Bitte. Und... Oha. Das war so free. Das war ein Geschenk. Jetzt aber... Oha. Das ist alle Zeit der Welt, Mädel. Und rechts rein. Ja. Gegen den Lauf. Nice. Und das ist der erste Satz. Uh. Ja. Ist okay, würde ich sagen. Gar nicht gross schnappen. Weiter geht's. Ah, reg dich nicht auf. Konzentrier dich. Bleib ruhig. Du hast das im Griff. Und rechts rein. Boah. Was? Also, ich weiß nicht, was die Hitbox ist, aber so wie die Hitbox angezeigt hat, war der Ball komplett auf der Linie. Und rein da. Boah. Boah. Oh, das wird's. Boah. Boah. Oh, das wird's hart. Nice. Die Gegnerin nicht allzu präzise. Nice. Rebreak. Und Aufschlag durchbringen. Nice, sehr schön. 15-0, 15 beide, 30 beide. Oh, ja. 15-0, 30 beide, 40, 30. Und das. Richtig schön. Ja, das war ein klares. Oh Gott, drei Breakbälle. Und das zu dem Zeitpunkt. Komm schon, man. Wir reden am Ende des Satzes mit dir. Vielleicht hat sie das motiviert. Drei Breakbälle abgewehrt. Und Advantage. Aha, warum? Du hast das letztes Mal so gut gemacht, warum? Okay, Ass. Rein damit. Die Gegnerin ist unruhig. Und sie ist müde. Ah, Schade. Uff. Nice. Sehr schön aggressiv gespielt. Komm schon. Nice. Jetzt hol dir das Ding. Und jetzt rechts. Okay, links durch. Geht auch. Ui. Ja, hat sie. Hat sie. Hat sie nicht. Huf. Also der war drin. Der vorhin aber nicht. Okay. Oh. Lange. Und jetzt links rein. Aha. Und sie breakt. Drei Satzbälle. Äh, zwei Satzbälle. Und sie spielt das klasse raus. Oh, super Defense. Nice. Nice. Oh. Das war ein Geschenk. Oh, schade. Game and Sucker. Game and Final Set. Wieder die Aufschläge. Breakpoints hat sie alle verwandelt, die sie hat. Stimmt zu. Wir spulen. Nice. Erstes Game durch. Drei Breakbälle. Zwei Breakbälle. Komm schon, man. Komm schon, man. Rechts raus. Ja, nice. Break. Breakbälle. Uff. Break. Re-Break. Breakpunkt für uns. Das. Oh. Zum Glück ist hier der Rückhand nicht allzu stark. Aber das. Der Stopper des Todes. Ich dachte, sie sei nicht so gut im Stoppern. Oh, nice. Come on. Auf die starke Vorhand. Nice. 30.0. 40.15. War das nice? Oh. Und jetzt. Ach. Oh. Deswegen meinte ich die. LOL. Die Animationen sind teilweise nicht so genial. Aber. Alter. Schwede. Bums. Hat es da dahinter. 4.1. 4 zu 2 in Games. Komm schon, nur die eigenen Aufschlagspiele durchbringen. Lauf nicht ins Break. Es reicht immer noch, die eigenen Aufschlagspiele durchzubringen. Mir egal, ob das Selbstbewusstsein runtergeht. Ich muss dich konzentrieren, verdammte Scheiße. Nice. Nee, der war aus. What? Come on. Du schaffst das. Du kannst dich qualifizieren. Nice. Come on. Das ist wichtig. Matchball für die Gegnerin. come on. Come on. Rechts. Das verstehe ich da nicht. Dass sie den nicht... Ach Gott! Bleib auf der Rückhand! Jetzt hat sie dich. Ah, schade, schade, Schokolade. Ach, ist das schade. 1,5k nimmt sie ein. Wir haben 17.000 Ausgaben. 7.000 alleine. Also ich decke nicht mal die Gehälter. Offenen Armen. Alles lief gut. Ja, langsam ranarbeiten würde ich sagen, wa? Hauptziel. Ich glaub das. Da wird sehr viel an Körper gearbeitet. Ich würde aber lieber an der Technik arbeiten gerade. Körper. Ihre Form ist noch nicht so stark war. Aber ihre Form geht herausragend. Ja, wir können noch einen Körper arbeiten. Aber ich... John Smith Agent. Ich hab doch den Agent... Ich hab ja den Agent rausgeworfen. Warum hab ich den Agent? EINNER EINNER 3 2 2 3 4 3 4 5 5 4 5 5 ich habe mich gerade gar nicht geachtet, der Skirt hat eigentlich keine und die Schuhe auch nicht sie war kurz in den Top 100, jetzt ist sie wieder draussen, ja wir gehen mal weiter eine Woche wir lassen mal Bewertungen laufen, auch von jüngeren wissen halt das Potenzial nicht Niklas Kobelt, 14 Jahre jung Herr Pino nehmen wir eine Japanerin noch mit ich würde eigentlich gerne noch einen Mann dabei haben als nächstes, dann haben wir einen Mann, äh haben wir einen Mann, haben wir eine Frau und einen Mann alle 14 da 16, 17 haben wir noch eine Schweizerin ja Alina Granwehr, bewertet jetzt haben wir Bewertungen jetzt werden die beiden Schweizer Männer bewertet, zusammen mit der jungen japanischen Dame ich kann hier noch zwei weitere rein knallen, warte jetzt haben wir zwei Männer, zwei Damen jetzt gehen wir kurz mal einen Filter wir gehen mit Alter ist höher als 15 oder gleich und höher mit 16 ist schlecht zuerst die Frau zuerst die Dame Nationalität bevorzugt weißt du was machen wir jetzt mal ich will sie nicht aus dem zu weit davon von den Eltern weg ziehen so mal gucken was wir da wow okay sie ist der einzige 16 jährige dann tun wir das jetzt ändern wir den Filter von Frau auf Mann und tun das gleiche wir nehmen die Jüngsten soll man alles angucken es ist ein das istaye das ist genau Vielen Dank.